hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines mikrocontroller kurses heute soll es darum gehen pointer anzuwenden also mal zu sehen was man mit pointern in der praxis eigentlich so machen kann ist zwar schön und gut zu sehen was pointer sind und wie man damit arbeitet aber man muss natürlich mal gucken was man eigentlich damit genau macht damit die sache nicht rein akademisch bleibt gut ich habe mal ein beispiel mitgebracht dann stellt sich mal vor wir haben ja einen speicherbereich und in diesem speicherbereich da platzieren wir mal ein array mit charakter fängt an bei der adresse hexadezimal 12 32 12 32 und dann aufsteigend und in diese felder können wir beispielsweise messergebnisse einspeichern wir haben also acht messungen gemacht und haben die einzelnen messergebnisse hier abgespeichert und nun sollen diese messergebnisse sortiert werden und das möchten wir nicht in dem main programm selbst machen sondern wir möchten uns eine eigene funktion dazu schreiben was die in der lage ist solche messwerte zu sortieren also wir haben hier ein array mit acht charakter und wir möchten eine funktion haben die letztendlich diese acht charakter sortiert jetzt möchten wir aber nicht die einzelnen acht charakter variablen und die acht felder die zahlen der funktion übergeben bei acht wird das vielleicht noch möglich wenn wir aber hundert oder tausend oder noch mehr messergebnisse haben dann macht das keinen sinn hier hundert hundert oder tausend bytes rüber zu schaufeln und deswegen macht man das ein bisschen anders man gibt der funktion einfach einen zeiger auf das feld das heißt wir definieren die funktion und als parameter übergeben wir ein pointer auf einen charakter und das ist letztendlich genau der start point der startpunkt dieses er ist das heißt wir rufen an später die funktion auf mit dem parameter array und wie wir in einer der letzten folgen ja schon gesehen haben ist das ist der array prinzip nichts anderes als ein zeiger auf die erste speicher stelle das heißt dieses array zeigt letztendlich auf diese hexadezimal 1 2 3 2 und die übergeben wir dann der funktion und die funktion kann dann im prinzip mit dem original den original daten arbeiten kann also diese original daten entsprechend sortieren und wir müssen nicht zunächst ein erst alle variablen rüberbringen rüber kopieren dann hier sortieren und anschließend wieder als rückgabewert zurückgeben was im übrigen auch gar nicht geht weil funktionen letztendlich immer nur eine eine variabe zurückgeben können gut wie sieht das aus so ein sortieralgorithmus wenn wir uns diese daten mal angucken dann gibt es verschiedene möglichkeiten so was zu sortieren eine möglichkeit ist das sogenannte bubble sort das ist ein relativ einfach zu implementierende möglichkeit zu sortieren funktioniert bei ja bei leichten anbindungen eigentlich ganz ganz ordentlich ist nicht die schnellste variante aber daran kann man im prinzip schon mal ganz gut sehen wie man mit den point an arbeiten kann bubble sort funktioniert so dass die einzelnen die einzelnen felder quasi wie so eine luftblase in einem glas wasser nach oben steigen wenn sie denn leichter sind als die anderen felder also bei luftblasen ist ja so luft ist leichter als wasser und steigt deswegen nach oben und wir möchten hier die zahlen sortieren und wir möchten das so haben dass oben dann ja die großen zahlen stehen unten dann im prinzip in kleinen zahlen anfangen und wenn eine zahl zum beispiel die 156 größer als die 12 ist dann tauschen diese beiden variablen einfach die plätze das sieht entsprechend so aus die 12 ist nach unten gewandert die 156 ist hochgewandert dann gucken uns das zweite feld an hier ist die variable auch größer als diese variabel das heißt die 156 tauscht mit der 5 wieder den platz die 156 größer als die 6 tauscht ihren platz hier tauscht ihr auch den platz da tauscht sie auch den platz hier auch den platz und hier ist die 156 kleiner als die 218 das heißt hier tauschen die beiden variablen eben nicht den platz dann geht es hier von vorne los die 12 ist größer als die 5 wandert hoch die 12 ist größer als die 6 wandert hoch die 12 ist nicht größer als die 124 bleibt deswegen stehen die 124 ist nicht größer als die 154 bleibt deswegen stehen die 154 ist aber größer als die 15 und dann entsprechend hoch und dann fangen wir von unten an die 5 ist kleiner die 6 ist kleiner die 12 ist kleiner die 124 ist aber größer als die 15 das heißt die wandert entsprechend hoch und dann würden wir noch mal einen durchlauf machen 5 6 12 15 24 54 56 218 wir haben also beim letzten durchgang keine änderung gemacht und damit ist der sortieralgorithmus fertig und wir haben unsere zahlen in die richtige reihenfolge gebracht wer es noch mal nachlesen möchte es gibt bei wikipedia dort einen ganz pass ganz guten artikel da haben wir über bubble sort einfach nach wikipedia gehen und bubble sort eingeben ich poste den link auch noch mal in den artikel und dort steht im prinzip beschrieben wie der algorithmus funktioniert es wird auch geguckt wie schnell dieser algorithmus konvergiert also wie schnell letztendlich der algorithmus dafür sorgt dass die zahlen in die richtige reihenfolge kommen im besten fall wenn die zahlen natürlich schon sortiert sind dann machen wir nur noch einen durchlauf merken wir haben keine sortierung vorgenommen und wir sind fertig aber es gibt dann halt eben auch formeln für durchschnittliche fälle und so weiter hier gibt es noch ein beispiel dieses beispiel kann man sich auch noch mal anschauen dort sieht man wie wann wo getauscht wird und dieses beispiel wollen wir jetzt auch einmal realisieren ich rufe dazu mal die umgebungs die entwicklungsumgebung auf ich habe hier schon mal dieses wiki array habe ich das hier genannt wiki mit fünf feldern definiert 55 7 78 12 42 das sind genau die zahlen aus dem wikipedia artikel und weiter unten gebe ich die zahlen mal aus also ich habe fünf felder von i gleich 0 bis 5 printf gebe ich dann entsprechend die einzelnen artikel aus dann rufe ich eine sortierfunktion auf die gleich zu programmieren ist also sort sort und dann wiki also quasi das array beziehungsweise ein zeiger auf das erste fällt und dann die länge des arrays also dieses array hat fünf felder deswegen schreibe ich hier eine 5 rein und anschließend soll das sortierte array wieder ausgegeben werden ich kompiliere das ganze mal starte mal die emulations umgebung und rufe das ganze einmal auf und dann sieht man auch okay original war das array 55 7 78 12 42 und nach dem sortiervorgang habe ich die zahlen in der richtigen reihenfolge sortiert so jetzt möchte ich aber nicht sofort die lösung verraten und lösung zeigen wie man dieses sort programm wie man diese routine hier schreiben kann sondern das soll eine aufgabe sein für das nächste mal also schreibe mal ein programm sort was einen pointer übergeben bekommt und letztendlich die länge des des arrays ich habe hier in dem fall das array als integer array definiert das heißt diese funktion sort soll ein integer array sortieren können gehen wir nun mal runter zum beginn des programms also die funktion soll so aussehen soll sort heißen bekommt ein pointer übergeben auf das array und bekommt dann letztendlich die anzahl des arrays übergeben also wie viele einträge dieses array hat und nach dem aufruf des der funktion sort sollen die zahlen in dem array letztendlich aufsteigend sortiert werden wie gesagt beim nächsten video schauen wir uns mal eine mögliche lösung an